Nach zehn Wochen der Ruhe rollt in Berlin wieder der Jugendfußball und hier einige Ergebnisse des Spieltages Behrow gegen Rudow 7 zu 0. Südring Bauunion 2 zu 1, Stentellersdorf 2 zu 2, Südwest Alt Glienicke 2 zu 0 und blauweiß Mahlsdorf gegen englische FC. Wertung 6 zu 0 für blauweiß und hier der Bericht aus Schöneberg. Das letzte Hinrundenspiel sollte das erste Spiel der Rückrunde sein. Am 17. Dezember gewann der BFC im Sportforum mit 2 zu 0 durch Toren von Leon und Fritz, der für weitere Wochen durch Verletzung ausfällt. Von hier aus beste Gesundheitsgrüße, personelle Besetzung, Schwierigkeiten beim BFC. Die Schöneberger Spielkonzeption lautete sicherstehende Hintermannschaft, gelegentliche Kontersätzen und körperlich aggressiv die Spielweise der Gäste aus Hohenschönhausen zu unterbinden. Den ersten gefährlichen Angriff setzten die Gastgeber eingeleitet durch 30 durch Ahmed, aber mit der 5 Bastian vor 10 Kahn und Eckball mit der 11 Salil, aber umständlich. Dann bekommt Jonas mit der 7 die robuste Spielart der Hausherren kennen. Eben noch am Boden, jetzt mit herrlicher Technik. Es der Salil ins Leere laufen und ein schöner Pasta, wieder ein Frohgel. Marvin wird den Freistoß treten. Die Zuordnung der Schöneberger stimmt. Der Freistoß verfängt sich in der Mauer. Der Nachschuss. Kein Problem für den Torsteher, da der Ball über das Tor geht. Klein wenig weiter nach rechts der nächste Freistoß. Wiedergetreten von Marvin. Der Ball nicht eindeutig geklärt, kommt auf Alessio und der zieht ab. Und knapp am Tor vorbei. Dann ein spannender Zweikampf zwischen Onur mit der 6 und Marvin. Kann aber geklärt werden durch Einwurf. Achte Minute. Und diese weiten Einwürfe von Marvin haben es immer in sich. 1 zu 0 für den Gast. Und die Konzeption vom Trainer Jan Pfandschmidt ist über den Haufen geworfen. Hier nochmal der weite Einwurf von Marvin. Und mit der Fußspitze Sippern dran. Da war der Keeper überrascht und machtlos. Trotz des 0-1-Rückstandes beginnt eine kurze Phase des leichten Übergewichts der Hausern. Zwei Ecken in Folge und ein Gastgeschenk der BFCer. Alessio mit der 17. Aber mit der 7. Deniz vergibt die Möglichkeit. Dann wieder so ein Geschenk durch Bastian. Bastian war zwar auch nicht von Paulolo optimal angespielt. Kann es aber nochmal klären. Dann wieder auf der rechten Seite der Zweikampf. Onur und Marvin kann sich durchsetzen. Aber kein Adressat voran. BFC zieht die Zügel insbesondere über die Außenposition. Rechts über Marvin und links über Sippern an. Bis dahin gut gemacht. Dann hebt er zu früh ab. Der Schiedsrichter fällt nicht drauf rein. Aber Eckball getreten durch Leon. Kommt auch gut rein. Sophia Kopf und Paulolo und Jonas behindern sich. Und Marvin entschlossen Richtung Autobahn. Zweikampf Ahmed gegen Sofian. Sofian dann mit schlampigem Pass. Marvin kann sich den Ball erobern. Tut ihm das gleich nach. Und dann muss der körperlich kleine Sebastian wieder drunter leihen. Quirlig setzt er mit der Nummer 10 Kahn mächtig zu. Dann ist wieder die rechte Seite der Angriffsmotor der Gäste aus Hohenschönhausen. Und nur mit der sechs unfreiwilliger Passgeber. Alessio erläuft sich den Ball erzwingend. Ein Einwurf geworfen von Marvin. Heute bekommt er auch mächtig auf die Sonne. Alles noch im fairen Bereich. Und drüben geht es weiter im Eckball für FC Schöneberg. Der schreckt aber nur den Vogelschwarm auf. Mit zunehmender Spielzeit können die Gäste das Geschehen wieder in die Hälfte der Schöneberger verlagern. Jonas auf Leon. Aber kein Problem für den Torsteher. Die gleichen Beteiligten Alessio und Leon. Und der gleiche harmlose Abschluss. Aber wenigstens der. Dann ansatzweise die Schöneberger Salih mit einer Einlage. Dann wird auch die linke Seite mit eingebunden. Johnny mit der 23. Erst zauberten die BFCer. Naja, das war dann wohl doch zu viel. Hat Jonas die Orientierung verloren. Dann zauberten die Schöneberger. Schön verdeckter Pass mit der Hacke. Und dann eine feine Rückgabe von Ahmed. Dann ein feines Solo von Sofian. Jetzt kommt Johnny aus den Upseids. Und Pfiff. Dann wieder ein Sturmler von Leon. Und Alessio trifft nicht voll. Etwa 30. Minute. Negativ. Föhepunkt. Ach Gott, ach Gott. Ahmed mit der Sohle voran. Und nun schaukelt es sich gegenseitig hoch. Ein Rückenschubser von Marvin. Dann ein zweiter. Diese unschöne Szene sorgte für Turbulenzen. Aber Deniz beruhigt den Hitzkopf. Ahmed und der Schiri reagiert ganz besonnen. Spricht und beruhigt die Situation. Klasse. Auch die Besonnenheit der anderen Mitspieler. Der Schiri ruft nochmal die beteiligten Spieler zusammen. Erklärt die Situation. Klasse Herr der Eskalation. Und es kann auch wieder Fußball gespielt werden. Nichts mehr von der Hektik der vergangenen Szene. Der BFC übernimmt wieder das Kommando. Erhöht den Druck. Marvin und Leon im Zusammenspiel. Leon erzwingt einen Eckball. Der kommt auch gut rein. Wird auch gut getroffen. Aber vorbei. Machen wir einen Sprung in die 34. Minute. Mit der Nummer 10. Jambulat. Kurz vorher ins Spiel gekommen. Hängt das Abspiel des Verteidigers ab. Vierfeldspieler. Und der Torwart. Was macht er denn nun? Ach, das gibt es doch nicht. Ein Tor der feineren Sorte. Erzielt durch Jambulat. Mit der Nummer 10. Und die Glückwünsche mehr als verdient. Jambulat. Jambulat. Und mit der rechten Innenseite flach am verdutzten Keeper vorbei. Klasse. Dann wieder Leon und Marvin im Duett. Die verstehen sich ja beide blind heute. Herrlich gemacht von Marvin. Zieht auf die Torlinie. Flankt nach innen. Aber ein sicherer Torsteher verhindert auch in der nächsten Situation mit Faustabwehr das Tor des BFC. Und auch hier kein Problem bei dem Schuss von Sofjan. In wenigen Sekunden ist die erste Halbzeit vorbei. Turbulent war sie. Höhepunkte spielerisch hatte sie. Und für Zündstoffe auch gesorgt. 2 zu 0 für den BFC. Und wir sind schon in der zweiten Halbzeit. Johnny mit der 23. Und Jambulat im Zusammenspiel. Unsanft gebremst. Aber es war nicht mehr das Gift in der Situation wie vorhin in der Szene. Das ist auch gut so. Denn auf der rechten Seite stoppt Sebastian den Angriff. Der Hausherrn bedient Marvin. Der zieht unbeirrt auf die Torauslinie. Flankt nach innen. Alessio. Marvin mit seinen berühmten Hochweitschüssen. Aber es muss sich behaupten. Gegen Arbeit. Und leitet in der nächsten Situation den ersten Angriff der zweiten Halbzeit ein. Zippern, Johnny und Jambu mit einem fernen Schuss. Aber kein Problem für den Keeper. Na man, da kann ich ja einen rohren. Die BFC ja wissen, sie sind noch nicht durch. Das 2 zu 0 muss nicht unbedingt reichen. Und schon läuft man sich auch fest. Dann Deniz auf Ahmet. Flanke nach innen. Und Deniz Bruchteile von Sekunden zu spät. Und Bastian leitet den nächsten Angriff ein. Marvin doppelt Presse mit Bastian. Jambu. Basti. Marvin macht das Spiel schnell. Wieder auf der rechten Seite ein tolles Solo von Alessio. Im Zusammenspiel mit Jambu. Auf Johnny. Der müsste schießen. Nein, nicht gut zu Ende gespielt. Harmlose Schüsse. Wie hier durch Alessio. Oder in der nächsten Szene gut vorbereitet. Von Jambu. Auf Leon, der den Ball sehr schön annimmt. Eine schöne Meitbewegung nach rechts. Und abzieht. Aber schade. Aber auch in der nächsten Szene. Denn da ist mehr draus zu machen. Neben den schwachen Torabschlüssen. Immer noch diese unnötigen Ballverluste. Hier durch Jambu. Der sich da festnagelt. Statt seine Mitspieler zu sehen. Hier kann ja nur durch Foul gebremst werden. Freistoß. Sofian. Inzwischen die 65. Minute. Ein fast schon verloren gegangener Ball. Sollte zur Vorstufe des 3 zu 0 für den BFC sein. Und da ist das auch passiert. Und da ist das auch passiert. Jambu. Am richtigen Ort. Zur richtigen Stelle. 3 zu 0 für den BFC. Und diese doch überraschenden Treffer in der Wiederholung. Balleroberung durch Amit. Zurück auf Mahmoud. Der legt sich den Ball zu weit vor. Und wie ein Ahler stürmt der BFC-Außenstürmer dazwischen. Und liegt quer ab. Auf der gegenüberliegenden Seite. Zippan zurück auf Sofian. Der kann sich nur mit Foul helfen. Schiri Pfeiff. Den nichts beschwert sich. Schickhänd. Und die ganze Sache ist gegessen. Freistoß durch Kahn. Aber es braucht nicht eingreifen. An dieser Stelle muss ich auch eingreifen. Hier sehen wir den Torschützen zum 4 zu 0. 23. Johnny. Sein erzieltes Tor ist mir dran gekommen. Aber ich muss sagen, es war aber auch ein sehr, sehr schönes Tor. Ich hoffe, es wird mir nicht nochmal passieren. Der letzte Eckball im Spiel wird getreten. Der BFC gewinnt sein Auswärtsspiel beim 1. FC Schöneberg mit 4 zu 0. Und wie man sieht, die Jungs sind ganz entspannt und relaxed. Die Tabellenspitze 1. BFC 36, Südwest 34, Beru 31 Punkte und 4. März Samstag BFC Rehberge. Der BFC 5, Südwest 35, Südwest 35, Südwest Nou Im林. Der BFC 3, compartt lại 3. Wir shiftedAcultar oxygen die Auswärtsspiel beim 1. FC Schönen. Der BFC 4, breite Autos WisinOM.